Da hält mich so ein Fahrradbulle an und sagt zu mir, das ist aber eine merkwürdige Konstruktion. Ob das denn alles Original ist? Da habe ich zu ihm gesagt, Alter, das ist ein Fahrrad. Beim letzten Mal, wo sie mich angehalten haben, musste ich schon Katzenaugen nachrüsten an den Pedalen und an den Speichenreflektoren. Ja, das sind tatsächlich Reflektoren und so weiter und so fort. Natürlich habe ich auch eine Klingel dran, logischerweise. Und Beleuchtung natürlich auch, da guckt, alles nachgerüstet. Aber da wäre ich schon wieder angehalten. Was ist das hier für eine Stadt? Was ist daran merkwürdig? Was ist an dieser Konstruktion merkwürdig? Das Teil sieht doch geil aus. Keine Ahnung, was die haben. Guck mal, eine Ahnung, wie die das Glücksen haben, wo sie mehr gegen sie haben. Ja, schau, 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 goodbye.